Ruven Schröder ist da auf Schalke, hat heute seine erste PK gegeben, darüber werde ich jetzt sprechen. Außerdem haben wir einen neuen Chef-Scout und der kommt auch aus Mainz und damit Tag auch. Glück auf und herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Mein Name ist Kesti, abonniere jetzt den Kanal, drücke auf gefällt mir und damit geht's los. Glück auf! So, und zwar Ruven Schröder ist jetzt da. Ruven Schröder hat heute einen Auftritt abgelegt, da muss ich wirklich sagen Chapeau. Hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken, muss ich sagen. Ja, er hat nicht wirklich konkrete Sachen gesagt, auch ganz klar. Ja, er hat, ja, ich sag mal, das war irgendwie eine übliche PK eines, ja, eines Sportdirektors, eines Managers. Dennoch, fand ich, hat er das sehr, sehr, also mit einer unheimlichen Autorität vorgetragen heute, die PK. Fand ich unheimlich gut, ja, der hat komplett ruhig da gesessen, komplett entspannt zumindest gewirkt. Und, ja, auf alle Fragen, die da gekommen sind, seitens der Journalisten immer eine gute Antwort drauf parat gehabt. Er hat sich konkret auch nochmal über den Kader geäußert, was er jetzt für einen Kader zusammenstellen will. Und hat, naja, einfach gesagt, dass wir einen taktisch variablen Kader brauchen für die nächste Saison. Ja, ist insofern natürlich richtig, als dass man immer natürlich eine taktisch variable Mannschaft letztendlich aufstellen sollte. Hilft, ihm bleibt im Moment aber auch nichts anderes übrig, ja. Schalke steht eben mit der Brücken zur Wand auf dem Transfermarkt. Und da muss man einfach schauen, was man für Spieler schlicht und einfach auch bekommt und wen man auch loswerden kann. Und damit ist er auch offen und ehrlich umgegangen. Das hat er auch ganz klar kommuniziert. Und alles in allem muss ich sagen, ein top erster Auftritt von Ruben Schröder hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt sie mal in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu dem neuen Mainzer auf Schalke. Und zwar ist das André Hechelmann. André Hechelmann ist bei Mainz 05 angefangen, eigentlich im Finanzwesen. Dann hat er so einen unheimlich spannenden Weg, auch wenn er letztendlich nur in Anführungsstrichen bei Mainz 05 gewesen ist. Ist im Finanzwesen angefangen und hat sich hochgearbeitet bis zum Teammanager der U23. Und später dann bis zum Chefscout. Und finde ich schon allerhand auf jeden Fall. Er hat sehr, sehr viele Kontakte auch nach Frankreich hin. Ja, ich meine gut, irgendwoher letztendlich oder irgendjemand hat in der Vergangenheit auch dem Ruben Schröder zugearbeitet. Und das ist er letztendlich gewesen. Und ja, Ruben Schröder holt sich in dem Falle jetzt einfach nochmal einen Vertrauten mit ins Haus. Aus einem, den er wirklich vertrauen kann, bei dem er auch weiß, wie er funktioniert, wie er tickt. Und ja, dadurch, dass Ruben Schröder ihn jetzt letztendlich holt und ich mit ihm zusammenarbeite, denke ich mal, wie die Zusammenarbeit auch recht fix funktionieren. Und ja, schnell auch Früchte tragen. Insofern auch da gute Entscheidungen. Ja, wenn Ruben Schröder jemanden holt als Chefscout, dann ist er zumindest die logischste Konsequenz. Zumal, wenn man sich die Transfers von Mainz 05 letztendlich mal anschaut in den letzten Jahren, die sind auch alle, nicht alle, aber viele sind gut gewesen. Und ja, Hechelmann und Schröder haben da in dem Falle wirklich einen guten Job gemacht. Und ja, das passt also. Gerald Asamoah hat übrigens auch noch einen anderen Titel bekommen. Er heißt jetzt Leiterlizenz und ist nicht mehr Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Ja, mal gucken. Vielleicht hat es doch den einen oder anderen Schein mehr auf seinem Konto jetzt gegeben. Mal gucken. Wir werden sehen. Okay. So Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Cassie loben. Und wir sehen uns im Livestream. 20.15 Uhr heute. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.